Ich will das Kraftwerk nämlich kaputt sehen. Bämsen. 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 Ich will den ganzen Stützpunkt kaputt hauen. So muss das dann. So. 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 Und so. Und vielleicht brauche ich noch eine C4-Ladung. Und dann werde ich den Rest mit dem Raketenwerfer machen. Ja. Ist nicht die schönste Art. Ich hätte es auch. Ich hätte mir auch den Schlüssel suchen können. Oh. Energie gefährdet. Was? Was? Was zum Teufel? Nein. Was war los? Hä? Ich verstehe es nicht. Och nö. Jetzt muss ich die ganze Mission nochmal machen. Oh. Jetzt beeile ich mich. Jetzt mache ich so schnell alles wie es geht. Ey. Alter. Warum? Warum? Ich wusste es nicht. Ich hatte keinen belassenen Schimmer, was das sollte. Ich wusste nicht, dass ich das nicht durfte. Na. Komm. Wo bist du? Ich muss gucken. Wo sind die? Da. Da ist einer. Ah. Shit. Shit. Nein. Bam. Bam. Oida. Okay. Ja. Nochmal das Ganze. Jetzt diesmal weiß ich, was los ist. Okay. Brr. 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 Töten. So. Jetzt nächste Waffe auswählen. Weil ist nicht mehr viel Munition für die andere da. Okay. So. Da unten ist ein Offizier. Ah. Da ist der nächste. So. Fertig. Meine Kollegen können den Rest machen. Und ich. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich habe keinen Bock. Gerade. So. Ausschalten. Fertig. Okay. Ihr wollt mich noch tot sehen. So. Könnt da vergessen. Oh Gott. Ey. Warum. Warum habe ich dieses Kraftwerk kaputt gemacht? Warum war das so? Warum? Was. Was habe ich falsch gemacht? Was. Was. Äh. Die. Wer. Ich. Ich. Ich darf nicht alles zerstören. Sorry. Aber warum durfte ich es nicht zerstören? Das wüsste ich gern mal. Was. Was ist daran so schlimm, wenn ich ein Notgebäude kaputt mache? Hä? Erzählt mir das. Erzählt mir das bitte mal. Hä? Ich weiß es nicht. Das ist so schlecht. Ja. Okay. Dann nochmal. Und diesmal. Ich. Ich vergesse auch immer wieder die Safe States an wichtigen Stellen. Das ist schlimm. Warum? Warum mache ich das? Na? Ich könnte mir die Haare ausreißen, ey. Egal. Ich. Ich. Ich werde jetzt. Das wird jetzt nicht langweilig, weil ich nochmal das Level mache, sondern das wird einfach schön. Es wird nicht. Äh. Es wird sehr amüsant werden. Ich werde nochmal ganz, ganz doll böse. Boah. Sag ich jetzt einfach. So. Da sind auch welche. Wo? Ah. Da ist einer. Bämsen. Bämsen. Du zuerst. Dann du. Und dann ihr beiden. Oh fuck. Da ist noch einer. So. Und der Offizier da hinten, den hole ich mir. Da war einer. Ist ja hier drin. Nein. Er ist nicht hier drin. Wo ist er? Hier war jemand. Ich weiß es. Ah. Da ist was. Was Böses. Stirb, Ungläubiger. Ihr könnt nicht mal, ihr Gläubigen. Oh. Au. Fuck. Fuck. Es werden immer mehr. Oh. Es werden wirklich immer mehr hier. Oh. Ich brauche auch Hilfe. Und? Kriege ich sie? Nö. So. Jetzt. Fertig. Den mache ich noch. Put. Bam. So. Dich mache ich noch mit. Dem Schlammwerfer platt. Jetzt. Ah. Fuck. Fuck. Drei. Oh. Hinter mir. Ihr. Ihr Bösen. Ihr. Oh. Und du auch. Du bist auch böse. Ah. Jetzt hier. Rüstung. Endlich. Alles mögliche. Oh. Ist das schön. Ich kriege endlich wieder Rüstung und Energie und alles. Wer weiß wie lange das noch hält. So. Dann mache ich das Ding noch kaputt. Pö. Das schießt nicht weit genug. Nicht einmal ein bisschen weit genug. Weiß ich doch. Kenn ich doch. So. Gehe ich jetzt von der anderen Seite nach oben. Ich zeige euch mal die andere Seite. Damit es nicht so langweilig ist. Dann seht ihr mal alles. Oh. Fuck. Oh. Fuck. Eine Raketenstellung. Und da ist ein toter Not-Soldat. Yay. Yay. Haha. Und da ist noch ein Not-Soldat. Und der ist auch gleich tot. Ich brauche meine Scharfschützenhilfe. Ey. Hör auf zu gehen. Also zu rennen. Zu. Dich zu bewegen. Ja. Da ist ein. Cool. Lalalalalalala. Lalalalala. Lol. Oh. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Mehr Gegner. Bramms. Bremms. 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 So. Ah. Schön. Jetzt noch. Verstärkung holen. Da drüben waren irgendwie die Chemie-Typen. Aber. Warte mal. Vernichten? Ah. Scheiße. Ich habe eine Flach. Ihr wisst schon. So eine Stellung vergessen. Die hole ich mir jetzt noch. Ich will endlich mal ein. Oh mein Gott. Ist das hübsches Wasser. Und ey. Geil. Ein Kanonenboot. Schick, schick. So. Jetzt von hier aus. Wenn ich es noch finde. Da ist sie. Flachstellung vernichtet. Flachstellung vernichtet. Was habe ich gesagt? Noch mehr? Ist da noch irgendwo eine? Oh nein. Ich gucke nach. Ich gucke nach. Ich finde sie. Ich werde sie finden. Warum finde ich sie nicht? Da kann doch keine mehr sein. Hier bin ich. Und? Hier ist nichts. Was soll der Kack? Ey. Seid ihr bescheuert? Ach da. Na okay. Dann kann ich ja jetzt den Weg wieder gehen. Boom. Okay. Go, go, go. Sterbt. Und ihr auch. Bam. Oida. So. Dich mache ich auch noch platt. Naja. Nicht auf dem ersten Versuch. Also ich bin. Ich zeige mal wieder das Skill vom Feinsten. Hä? So. Jetzt kommt's. Nein. Doch. Bam. So. Jetzt mache ich das noch fertig. Das Ding. Klack, klack. Und wenn gleich einer an mir vorbeikommt, naja, dann. So. Brum. Ja, ich benutze hier alle Waffen mal. Wenn's sein muss. Boom. Haha. Ja, jetzt kommt gleich ein schöner Schuss. Und wir gucken ihn uns noch an. Denn ich will mal sehen, wie sie das... Hä? Ah, okay. Kaputt. Durch Luftangriff. Schön. Jetzt mal einfach mal speichern, weil ich hab keinen Bock nochmal von vorne an zu fangen, wenn irgendwas passiert. Verständlich? Ja. Jetzt gehen wir mal hier lang. Was haben wir hier? Wieder einen anderen Weg? Oder war ich hier auch schon mal? Nein. Hier ist wieder ein anderer Weg. Und guckt euch das an. Die, ähm, erwarten mich hier nicht. So wirklich. Ah, cool. Schauen wir sogar rein. Nein, du nicht. Und du da oben auch nicht. Ey, cool. Der ist da runtergesprungen, anstatt zu klettern. Hey, du Böse. So. Waffe wechseln. Hey, geil. Die schicken unsere Leute jetzt da rein. Klasse. So. Schön Waffen holen. Und... Ich soll auf das Terminal hier zugreifen. Naja, danach werde ich's. Was? Integrität des Kommunikationszentrums. Was heißt das dann? Ah! Stirb! Und du hinter mir. Du auch. Und du. Techniker, du. Haha. Das geht doch. Das geht doch alles. Aha! Voll reingelaufen, Alter! Warum laufen die eigentlich rückwärts, wenn da keiner ist? So. Oh, scheiße! Hör was. Kane! Ich töte dich. Ah, du bist nur ein Hologramm. Ah, da ist das MG. Ich hab... Äh... Das hat man grad an dem Geräusch gehört. Hier... Büm! Und das ist immer schlecht, wenn das kommt. Scheiße. Noch mehr. Wie komm ich an jetzt diese... Dateien ran? Ist hier irgendwo ein Offizier, dem ich eine Karte abnehmen kann, damit ich in dieses Ding reinkomme? Oder... Was ist los? So, da ist ein Officer und da ist noch... Also, da gucken wir mal. Nein, der lässt nichts fallen, was ich brauchen kann. Was ist mit der... Ah, da ist noch einer oben. Wie komm ich da jetzt hoch? Ups. Scheiß Techniker, ey. So, langsam müsste ich ja eigentlich alle Officer wieder ausgeschaltet haben. Und dann kommt keine Verstärkung mehr. So, erstmal sehen. Ähm... Leiter, Leiter, Leiter. Leider keine Leiter. Ah, da ist was. Schön. Ab nach oben. Wusch. Nö, hat nix fallen lassen. So, ein Kack. Hey, aber ich kann hier rein. Hoppa.